Und wie ihr schon sehen könnt, wir spielen gerade Worms Clamboss und ja jedenfalls So Leute, wir sind jetzt gerade wieder am Spiel Was heißt wieder? Ich sag mal wieder, ey, es gibt es nicht Immer wieder Sonntags Oh yeah, immer wieder Sonntags Oh yeah Ja, wir schon sehen könnt, wir spielen diesmal Worms Oh nein, komm nö, das muss doch nicht sein, oder? Lass mal Klaustrophobie in Ruhe Klaustrophobie, Mama Ich möchte mal kurz anmerken, ja, dass ich jetzt schon Didon GG sein kann, weil ich Worms mit Tastatur nicht spielen kann Aber ich schon So Fliegt da unten, yay Aber Na komm, ein bisschen weiter runter Ja, super Aber, aber für Steam, ne? Aber, aber Ja, für Steam Ich glaube, ich hätte vorher den, den, äh, die Sprachsteuerung von Hardy rausnehmen sollen Schön gar nicht mal Schön gar nicht mal Ja, dann kommst du nicht raus JPEG, JPEG, JPEG Komm schon Bestimmt nicht, ey Okay, halt nicht Ich kann hier gar nichts zum Arsch scheiß drauf Äh Ne, Taste, muss geduldet werden Ja Fremdst du die Kunden? What the fuck Jo, das ist perfekt, ist klar Am Arsch, Alter, okay, dein 34er ist erstmal weg, glaub mir Ja, ist mir egal Ist mir egal Wie ich da die scheiß Wand hochklettern kann, ey, der, der Arsch Dann nehm ich ja noch den hier Hm, ich weiß nicht Ja, komm Alter, du könntest den 34er killen, ey War grad mit dem Plan Easy going Und ja, dies machen wir mal, alle, wenn wir es mal ausgewählt, einfach mal Da muss man mal kurz für sehen könnt, wie halt so die Mömer ticken Ja 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 Hast du irgendwas zu beraten? Nee, eigentlich nicht, außer, dass ich jetzt deine Firma etwas massakrieren werde Oh, oh Nein, komm, nicht Nein, bitte nicht den T Komm schon Ach, bist du ein X-E Oh, nö Oh, nö Bitte nicht Nein Nein Nein, nein, nein Oh, komm Ja, er hat wieder neu ins Wasser Ist Ist klar, Mama Oh, die sind aber noch nicht tot Ja, trotzdem Jetzt mein, nein, nicht mein Vetter ist nicht tot , stimmt Mein Vetter ist nicht tot Er wird das Deutsch heute wieder So Ach, nö Scheiß, Wurm Ach, komm Das gibt's nicht ey, das gibt's nicht Sag das nicht, sonst müssen wir rausschneiden ey Mann Ich hol mir mal das Leben da, ja? Das Leben, junger, da Ich hol mal das Leben So, was haben wir denn hier Feines? Ach, guck mal, ich seh hier was Schönes Ach, komm ey, jetzt muss er jetzt nicht Wasser und Spass schon vor so Wind Ja, nur dem Fetten Ja, der war zu fl- zu ähm Zu flussecht Zu wenig vor so Ja, und er kann, jetzt ist er noch mit dem Fetten dran Ja Ich hab's schon vorher gewusst Ich hab's schon vorher gewusst, Mama Sorry Boah, los mit dir Boah Nein Was? Was? Mit diesem Scheißwasser Ja genau, ey Alter, hast du's gesehen Alter, hast du's gesehen 150 Meter von oben auf dem Boden Bloß wegen Wasser kriegt er keinen Schaden Ist klar Alter, wie geil Herzlichen Glückwunsch Ja, herzlichen Glückwunsch Alter, ohne Spaß, ey Holy fuck, ey Aber du bist gerade vorne Ja, was soll ich denn mit dem Fetten jetzt machen, ey Na ja, kannst du eine Granate runterwerfen zum 23er zum Beispiel Kannst du mal hundertmal massakrieren Das ist die halbe Zeit vergangen Das ist die halbe Zeit vergangen, ey Ja, die halbe Zeit Auf jeden Fall Ja komm Boah, nicht runterfallen, ey Fall runter Next try Next try Oh komm ey Scheißwasser Oh endlich Ja, Fetter bleibt da Ja, super, danke Ach, bist ein Arsch Bis gestern nicht, ey Oh, wer war da Ja, da so oder so Ich bin 150 Mal in Deutschland Ja, ich hab's gesehen Ja, das müssen wir mal so ein bisschen was sagen Ähm, was mach ich denn jetzt überhaupt Ach ja, das ist ja ganz schön Oh, Leute, nö Nicht die Oma Oma verpisst dich, du stinkst Na iiii Die ist über mich drüber gesprungen Ich weiß Oh, da steh ich aber sehr schön Nee, ist nicht im Wasser Ja Aber ich Aber du bist vergiftet Ich bin vergiftet, ja Das war der Plan Ja, natürlich, jetzt von deine Kiste Hallo Hi Da kommst du nicht raus ohne Jetpack Oder ohne Seil Wie mach ich Jetpack? Du willst aus und dann Leertast und einmal nach oben fliegen einfach Okay Oh, mit ganz tief hergeflogen Mit Leertast kannst du wieder aufhören Ja Ja, das tut mich nicht Ja, das tut mich nicht Garnate, garnate, garnate 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 Ja Du kannst Du musst aber nicht Du wirst voll gehen mit Okay, doch nicht Ja, komm Nein Boah Ja, tschau Tschüss Jetzt müsste mein äh, normaler Wurm dran sein Oder? Ne Meinen Siegenter Wurm Da 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 Den Großen Schädel da Der muss jetzt nicht sein Oh, ich bin gut Ich bin gut Ich bin gut, Mama Was willst du von mir? Ah, nichts besonderes Ich will nur das hier mal kurz passieren Das tut jetzt aber ganz schön weh Das tut jetzt aber ganz schön weh Nein Was soll das denn für Geräusche, warte der Fall? Nein Na ja, ich will weiter Ich nehme Shepack, Mama Ja, noch mehr Wasser, super Haben wir nicht genug Ne, deswegen hab ich ja genommen Alter Sei froh, dass das nicht der Fette ist Ja Alter Alter Alter, das war ja ne kleine Da hat der voll kaum einen Schaden gemacht Naja, das war ein intelligenter Wurm Also Nicht unbedingt klein Ich verstehe, was du meinst Ja Was du meinst, Alter Was du meinst, Alter Was ich meine So Ha 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 Yeah So Ähm Was hab ich denn gerade so Bei meiner Hand Ich weiß nicht, was ich noch hab Was machst du da? Bazooka? Ja Ja Perfekt getroffen einfach mal Perfekt getroffen Nice Nice, Mama Nice, nice company Ok Next try Hallo Hi Na, der wohne hat grad Hi gesagt, deswegen Achso Hi, wo Weißt du? Ja Ok Wirklich ne Lenkrakete Ja Ne Ne fucking Lenkrakete Ok Nein, nicht zu mir Oh So, weg die Sau So, weg die Sau Die Sau Wie lange sind wir jetzt schon in der Aufnahme? Äh, keine Ahnung Ach so, aber du hast es Uhr gemacht Uhr gemacht Uhr gemacht Du hast du mir etwa Ähm Ah ok Ach nö Hallo Hallo Ja, hi Ja, hi Ja, kurz kurz den Tag zu sagen Ok Wo wollen sie gerne hinfliegen? Nicht ins Wasser Ok, nicht ins Wasser Kriegst du aus den 5 Schaden Halt die Klappe Ach ja Boah, ganz ehrlich Ich Was machst du jetzt? Oh nö Hier in der Blitz Scheiße Armageddon? Ja Hab ich voll bekommen Alter Ja ok Sag mal GG Ja, hat gewonnen Naja Alter Alter Jetzt wird mein 65er nicht überleben Oh Gott im Himmel Alter Ok, der ist tot Ich glaube, der wird ein bisschen unentschieden Nee, du wirst gewinnen Weil du hast noch 2 HP Ja? Ja Aber ich steh unter Wasser Ah ne Da ging ein ganz sinker rum Lol Ich hab mit 2 HP gewonnen Alter, der hat mit 2 HP gewonnen Fick doch die Hände Der hat mit 2 HP gewonnen Ja Guter Start für die erste Runde Würde ich mal kurz sagen Also Unverdient jemand hat's gewonnen Nein Nein, Spaß Also jedenfalls geht's selbst an dich Ja Danke Und Ja Wenigstens gezündet Ja, ok Ok, ok, ok Wir sehen uns bei der nächsten Runde Tschau Wir sehen uns bei der nächsten Runde Wir sehen uns bei der nächsten Runde Wir sehen uns bei der nächsten Runde